Gottfried John war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher. Leben Gottfried Johns Vater war ein bereits verheirateter Ingenieur, den er nie kennengelernt hat. Mit seiner Mutter wurde er während des Zweiten Weltkrieges nach Ostpreußen evakuiert. Nach Kriegsende zog er mit ihr in Deutschland von Stadt zu Stadt. Nachdem ihr das Sorgerecht entzogen worden war, wuchs er bis zu seinem 15. Lebensjahr in Heimen auf. In einem Heim brach er sich auch die Nase, was sein Gesicht unverwechselbar machte. Danach lebte er bis 1960 mit seiner Mutter in Paris, anschließend in Berlin, wo er Schauspielunterricht bei Marlies Ludwig nahm. Sein Bühnendebüt gab er am Schiller Theater. 1963 spielte er an der Landesbühne Hannover, 1965 am Theater Krefeld, danach in Heidelberg. Sein Filmdebüt gab er 1962 in einer kleinen Rolle in dem Musikfilm Café Oriental, bevor er 1971 mit der Titelrolle in dem kritischen Fernsehheimatfilm Jeider, der einsame Jäger betraut wurde. Später arbeitete er in neun Filmen und Fernsehserien sowie mehreren Theaterinszenierungen mit Rainer Werner Fassbinder zusammen. 1982 spielte er unter der Regie von Eberhard Itzenblitz in dem Fernsehfilm Die Rückkehr der Weißen Götter den spanischen Missionar, Menschenrechtler und Kolonialkritiker Bartolomé de las Casas im 16. Jahrhundert. Bedeutend war seine Rolle als Reinhold Hoffmann in Fassbinders 14-teiliger Alfred-Döblin-Verfilmung Berlin Alexanderplatz, bis dato einer der längsten Filme, die jemals gedreht wurden. International bekannt wurde John 1995 als General Urumov in dem James-Bond-Film Golden Eye. Ein Jahr später spielte er unter der Regie von Volker Schlöndorf in Der Unhold, nach einem Roman von Michel Tournier mit John Malkovich in der Titelrolle. 2000 war er in Lebenszeichen, Proof of Life neben Mac Ryan und Russell Crowe zu sehen. Im selben Jahr erschien auch seine umfangreiche Autobiografie Bekenntnisse eines Unerzogenen. Für seine Rolle als Julius Cäsar in dem Film Asterix und Obelix gegen Cäsar wurde er ebenfalls im Jahr 2000 als bester Nebendarsteller mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Im August 2006 spielte er in Berthold Brechts Dreigroschenoper im Berliner Admiralspalast die Rolle des Jonathan Jeremia Pichum in einer Inszenierung von Klaus-Maria Brandauer. Nachdem John seinen Wohnsitz zwölf Jahre lang in dem belgischen Grenzort Kelmes gehabt hatte, lebte er ab 2008 mit seiner Ehefrau in Oetting am Ammersee, unweit von München. Dort starb Gottfried John am 1. September 2014 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof seines letzten Woh-Nortes. Auszeichnungen 1982, Großer Hersfeld-Preis für die Rolle als Iago in Othello 2000, Bayerischer Filmpreis für Asterix und Obelix gegen Cäsar 2004. Euregio-Filmball bester Euregio-Schauspieler 2006, Diva Award in der Kategorie European Award.